und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft subscriber server trolling und ich habe mir direkt hier auf dem sub server wenn ihr mitspielen wollt übrigens den link findet ihr unten in der beschreibung ihr müsst nur bei trish subscribers sein und um eine frage zu beantworten ja es kostet monatlich aber damit unterstützt ihr mich enorm und ich habe mir auch schon direkt einen opfer gesucht und zwar den adrian 181 der ist hier so unterwegs 300 machen wir mal für fünf sekunden machen wir das mal wenn er jetzt am abbauen ist dann sollte er allein alles was er gibt abbauen der adrian wort ist das denn warum kann ich denn so schnell abbauen hier los hier ist keiner adrian du hast du und warst du gerade selber abbauen was los mit dir oder weiter ach halt die schnauze ist überhaupt nicht hier der hund hat mich gerade mit dem spielzeug abgeworfen boah leck mich am arsch man halt dein schnauze so dominik adieu und dafür gute nacht oh scheiße da steht ja im chat ich vollidiot ich vollidiot ok hoffen wir mal dass er hier nichts mitgekriegt hat er hat den chat gar nicht gelesen ne er kriegt überhaupt nichts mit er kriegt überhaupt nichts mit wir machen das ganze jetzt lange mal bei ihm so oh da oben geht die post ab wo hat er sich was ist hier los replace dir drei stone zu obsidian jetzt kommt sie nicht mehr raus replace dir fünf obsidian zu diamond or so der herr ja gut das juckt ihn halt nicht fällt ihn halt kardisch auf jungchen ich lasse dir die da ich wünsche dir viel spaß mit den ganzen diamanten es sind nämlich nur ein paar die lassen wir dir mal es wird ja viel kacke gebaut deswegen ist jetzt mal nicht so schlimm darfst du nicht verraten dass er online ist ja genau shiny gaming du hast es erfasst du hast es erfasst shiny gaming shiny gaming uuuhuuhu ahahaha alter 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 was ist denn hier los alter wo kommt die denn alle her ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße wo kommt die denn her shiny gaming ich wollte dich belohnen hier hast du einen diamanten behandle ihn mit respekt und dazu gibt es auch noch einen op-apfel nimm ihn mit nimm ihn mit und hallo steh bleibt doch stehen hier hinter dir da hier fressen viel spaß damit danke für deine unterstützung so und jetzt guck mal er hält die schnauze er weiß wie man das macht man hält die schnauze so alter was ist denn hier los das kannst du mir nicht antun ich möchte die zombies freilassen oh das wäre ein spaß du das wäre ein spaß hier und dann geht es hier nach oben alter glaube ich bin etwas nicht easygoing ist einfach zu reparieren man muss einfach noch hingehen ich mache dir das wasser weg fallen wir alle runter von der theorie hier nutzen sie dort alle dahin fließen wo sie hin sollen da kommt jetzt mal auf dich zu du du hast gar nicht gekriegt was hier abgeht oh mir geht die post ab jetzt oh mir geht die party ab du oh das war's du keine massenzombiehaltung die gibt es hier nicht das wird nicht erlaubt das wird nicht geduldet zieh da rein was hier abgeht guck da hier auf wo die ganzen zombies hier kommen ruft er gerade seine freunde her da ist keiner du bist alleine es gibt keinen ausgang es gibt keinen ausgang mein freund kein weg wird nach draußen es wird kein weg hinaus du bist hier eingeschlossen du bist hier allein mensch der oben der hat ganz schön viel spaß hier das sind ein paar zombies machen das hier aber auch wieder zu ey wie machen wir das denn wir machen da jetzt einfach eine treppe in stattdessen so klappt auch und der läuft 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 ach oben ja ja selber schuld du hättest letztens nicht sagen dürfen was du dich hättest sagen dürfen ja 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 mein freund ja ja los geh mal rein da gesellschaft leichte in gesellschaft habt deinen spaß so rumkarton ruben danke dir für deine zeit es tut mir leid dich belästigt zu haben aber hierfür schenke ich dir etwas einzigartiges was sonst so niemand hat ein zombie ich wünsche dir viel spaß damit und was haben wir noch hier ein regenerations potion leute ich würde sagen wir haben genug getrollt für heute wenn es euch ja jeder gefallen hat lasst dein Däumchen da oben da ich würde mich darüber freuen alter der hat ne alter alter hat er hier eine krasse base alter schwede alter ist er hier gut unterwegs so alter schwede alter schwede ruben ne respekt ane ich ist eine geile mutter ich glaube du wohnst aber gar nicht allein wir sehen uns hoffentlich in der nächsten folge von trolling wieder wenn es euch gefallen hat lasst wie immer ein däumchen da oben da ich würde mich sehr darüber freuen wenn ihr dies tun würdet dann würde ich sagen leute hau da reden dann danke fürs zuschauen zuh otro angab fate